Unfall... Sachen. Gleich wieder durch die Tür gehen. Faszinierend, wie du immer wieder durch die Welt fliegst. Also hier kann ich nichts machen. Was ist das? Achso, das sind Steine, deswegen kann ich das nicht zu Eisenbahn bauen. Ähm. Gut, dann könnte ich aber theoretisch... ...einmal irgendwas verkaufen hier. Damit mein Inventar wieder leerer wird. Das dauert jetzt ein bisschen, weil meine Inventar ist so voll. Ja, ich würde ja auch gerne verkaufen alles, aber ich komme hier nicht weg. Ab einem gewissen Punkt, wo hier sozusagen die Kante nämlich ist, falle ich. Und dann falle ich, glaube ich, immer durch die Welt, egal wie weit ich komme her. Also sozusagen der Boden, wo die Türen sind, ist für mich sicher. Da kann ich auch drauf stehen, ohne dass ich runterfalle. Aber sobald ich zu dem Punkt komme, wo es dann abwärts geht, ab da falle ich durch den Boden. Also da ist kein Halt mehr. Schwanerei. Der ist ja faszinierend. Oh, es gibt eine an der Kante... ...Animation. ...Animation. Vielleicht. Er sah gerade so aus. Er sah gerade so aus, weil er so getippelt. So, verkaufen. Hast du übrigens meinen grandiosen Namen gesehen? Nee, habe ich noch nicht drauf geachtet. Muss ich mal, wenn du in der Nähe bist, mal wieder. So. Mal kurz hier was zu essen brauen. Auch gern. Wenn es könnte, bevor du es anzündest, wäre es schön, wenn du es vielleicht hier machst. Ich habe genug hergestellt, dass ich dir davon was geben kann. Zunut habe ich auch noch Kohle. Ich gehe jetzt hier durch eine Tür und hoffe, dass du da wieder bist. Hast du jetzt mir was rübergeschmissen? Nein, ich mache das gleich. Ja. So, kannst du mich sehen? Nein, ja. Nein. Lauf mal. So, auf dem Weg. Ja, bin ich. Nee, ist nicht neu. Okay. Aber ich kann nicht. Ich schmeiße dir mal was rüber. Wenn du jetzt nach rechts läufst, ja, jetzt hast du ein paar Keulen. Irgendwas, was du brauchst, was ich dir rüberschmeißen soll. Nö. Ich habe dir mal ein Schwert, das reicht schon, danke. Ach, ich habe hier für dich, wenn du jetzt hier nochmal runterkommst, du den Stein hier unten? Nein, ich haue eben das Teil hier kaputt. Das nicht vorhandene Teil. Ja, bei mir war das. So, dann schmeiße ich dir da mal eine Lederrüstung hin und hier auch nochmal so. So, dann laufe ich jetzt mal ein Stück her nach links. Okay, ist dein Inventar voll? Bleibt Plätze frei. Okay, ich habe dir da Sachen hingeschmissen. Ah, jetzt habe ich was reingeschmissen. Ja, da liegt eigentlich genau an der Stelle noch ein zweites Teil. Nee. Bruststück brauchst du nicht. Ach, shit. Aber Helm habe ich dir auch gebaut. Ja, habe ich jetzt auch gesehen. Okay. Bruststück war nett gemeint, aber die Stats, sind halt dieselben. Mhm. Ich will die einen machen zwei Angriffe mehr und die andere ist Dexterity des Vierzyk. Dann mache ich wieder die Dexterity. Also, verkehrt ist es nicht. Auch wenn ich noch keinen Wolfgang habe. Nee, ich... Ich lasse sie eben schnell. Passt's. Obwohl du sie gar nicht siehst. Jetzt siehst du zum Beispiel den gar nicht. Bein sammeln kann ich. Immerhin. Hau nicht auf die Honigwabe. Nein, nein. Sie ist böse. Wo ist denn jetzt meine Spitzhacke? Warte. Da. Nee. Habst du das Gefühl, dass ich so überhaupt nichts zum Geschehen hier beitrage? Habe ich auch das Gefühl, weil eigentlich habe ich ja schon alles da getötet. Teilweise mache ich den Schaden und irgendwann mache ich den keinen Schaden mehr. Im Feed zum Beispiel jetzt hier, wo ich jetzt hier drauf einkloppe, mache ich Schaden. Ja, es ist... Ich verstehe die ganze Technik dahinter noch nicht so ganz. Was ja eigentlich nicht so passieren dürfte. Dann. Ich kann ja hierhin nichts angreifen. Voll hier. Ich habe mir meine Herbs noch ein für eventuelle Heiltränke, die ich brauche. Das ist die gute Einstellung. Ähm. Bin ich schon an dir vorbeigezogen? Ja, gerade eben vorhin. Irgendwann. Mal. Hier ist Ausgang. Ja, dann warte mal. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen was einsammeln. Was wertvolles. Versuche ich gerade... Ich sag mal, wieder eine Spitze herzustellen. Mein Mann ist gerade kaputt gegangen. Okay. Dann mal wieder ran, dann ist ich weg. Ich habe Stein. Ich habe gerade fasziniert, wie ich auf das... Äh... Mach immer 20 Damage, aber es stirbt einfach nicht. Ja, auf jeden Fall hast du einen DPS von 20. Ich glaube, mein Schwert nutzt sich dadurch tatsächlich. Spannerei. Mach mal hin da jetzt. Ja, warte. Ein Goldhaufen hier noch. Mach mal hin da jetzt. Ja, ich bin ja schon da. Mach mal hin da jetzt. Ja. Mach hin. Bin da. Okay. So. Zufrieden? 2, 1. Sumpf. Äh... Andere Sumpf und Eis. Ich bin schon durch das zweite Portal gegangen. Äh, okay. Das ist Lila, ne? Ja. Oh. 2. Das durfte ich meine Sachen nicht verkaufen. Und mein Stack Eisen ist weg. Hier ist alles wieder dunkel. Ball wieder durch den Boden. Oh, das ist doch kacke. Ich hab nur noch 2 AP aus irgendeinem Grund. Ich bin grad gestorben. Hey. Da sind Gegner. Hier sind Gegner. Da sind Gegner. Hier sind keine Gegner. Da sind Gegner. Erzähl nix. Alter, mach mal die Augen auf. Ey, tu mal die Lederkappe ein bisschen nach hinten schieben. Du sprichst bei mir ja auch. Die kuscheln schon mit dir. Ey, kriegst du nicht mit, dass die dir in den Anus gehen oder was? Hier ist überhaupt nix. Ich kann ja mal ein bisschen mit Pfeilen rumschieben. Okay, sterben. Merkst, merkst, treff ich schon was? Nein. Jetzt? Ich hab ein Pfeil angesammelt. Danke. Nein. Jetzt ist schon gefallen. Ich bin durch den Boden gefallen. Ich glaub, du solltest dich einfach nochmal hier zu mir connecten. Ich mach jetzt hier Quid-Game. Mach eine neue Multiplayer-Session auf und dann hoffe ich mal, dass es jetzt besser wird. Ist doch scheiße, ist das. Äh, voll scheiße. So ein Dreck. Ja. Ich hab eigentlich diesen Scheiß programmiert hier. Nicht ich. Na gut. Also. Joine. Joine Game. So, warte, 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 warte. Stats noch auswählen. Die Stats will ich hier noch auswählen. Ja, mir auch noch. Mhm, 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 nee. Irgendwas war mit Dexterity. Dexterity ist Mangelware. Jetzt ja auch schon seit. Jo, das nehmen wir. Hi, wieder mein Lieb... Äh, möchte gern Zyklopen da genommen. Da hoffen wir mal auf das Beste, ne? Ja, ich hab wieder meine, meine Aggressiv- und Defensiv-Haltung. Das ist so. Die Arte Game. Aber ich hab mich nicht unbenahe. Scheiß drauf. Kann ich Stadt Game machen, ja? Ja, mach. Weiß ich. Äh. Ruh, wirst du, wirst du, wirst du, wirst du, wirst du... Siehst du mich denn wenigstens? Ja, sehe ich. Okay. Hestige Nasen sehe ich überall. Danke. Das ist genau das, was ein Ogre gerne hört. Hä? Ein Ogre. Ja, Ogre-Org-Zyklop. Ein Org-Zyklop. Du weißt, was ich mein. Ein Ogre. Ein Ogre-Org-Zyklop. So, fertig. Dieses Misch noch, dieser Misch aus WoW, was Rexha ist. Ähm, ähm... Was ist drauf? Komm grad auch nicht drauf. Irgendwas mit M. Oder? Ich weiß es nicht. Gerade. War es was mit M? Meine. Ich weiß, dass sein Bär-Mischer hieß. Das nicht. Ähm... Mit M. Ähm... Oga. Es ist ja noch verrückter. Ja. Er war ein Org auf Abwägen. Er war leicht betrunken. Ja. Hast du mir hier kurz ein Schwert? Lass dir Zeit. Ich bin gleich tot. Äh, es ist ja bei dir Standardzustand. Ja, richtig. Schwert ist am Start. Aber ich hab schon sehr viel Eisen gekriegt. Weil Luft gerade ist ja gut. Von denen du natürlich nichts bekommst. Ja, klar. Ich krieg gern nie was davon. Richtig. I'm ready. Ready. Ogo, ogo, ogo. Alles down. Wie ein WoW und PvP bei mir. Weißt du, die anderen, äh, rennen immer vor die Tür und sie können es kaum erwarten. Ich bin der, der dann fertig ist, wenn wir 3-0 verloren haben. Ey, mein Schwert ist manchmal einfach zu kurz. Und dann gehst du halt einen Schritt näher dran. Ja, aber dann, dann geh ich in den Gegner rein. Mach viel lieber jenes. Meinst du? Ja. Okay. Ich lebe noch. Gerade so. Wie viel Lebenspunkte hast du noch? Äh, 12. Ach, dann ist gut. Von 15. Von 15? Ach, du Kacke. Dann kannst du dich mit den Deppen da unten anlegen. Ich bin weg. Ach, erst mal, äh. Ach, eben. Ja. Ich will ja nicht runterkommen hier. Ja, kommt die nochmal? Ich glaube nicht. Versuch du mal sonst. Da kommt sie. Ach, shit. Der hat dich mit der Biene gerade verwechselt. Ja, ich sehe. Ich wusste schon immer, dass ich aus dem Video... Ja, bei deinem Pullover mit deinem Ringelpullover da, kann das schon mal passieren. Nein, ich weiß nicht, ob du ein Ringelpullover hast. Ah, es geht ums Prinzip. Ja, ich habe kein Ringelpullover. Weifenpullover. Ja, und nun? Andersrum. Ach Gott. Doppelbine. Ja, Doppelbine hat mich getötet. Mit 16 Eisen in der Tasche. Ich habe Biene 1 Doven. 2 Doven. Und da hinten ist Ausgang. Ich habe noch ein HP. Stirb mir jetzt nicht weg. Hol Wolfgang. Ich habe keinen Wolfgang. Ich habe einen Triple Shot, der mir nichts bringt, weil ich keinen Bogen habe. Ich töte das Biest mit einem HP. Haha. Wuhahaha. Vorsicht, Stein. Bubble, Ruhestein. Nein. Dort. Oh, scheiße. Oh, so eine gute Runde eigentlich, so vom Loot her. Ach, ja. Aber du merkst, ich habe meinen Zyklopen hier und mit dem überlebe ich schon ein bisschen länger. Ah, ja. Zwar immer noch wenig, aber länger. Lag alles daran, dass ich keinen Bogen bekomme. Klar. Habe ich auch so gesehen. Hoffe ich doch. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man einen Bogen eigentlich viel schneller rankommt, weil hier so viele Schmer waren und mit denen müsste es einfach relativ einfach gehen. Aber irgendwie, vielleicht sollte ich doch wieder meinen Dwellf nehmen. Dann ein bisschen einsam.